Willkommen zurück, Leute, zu The Evil Within und unserem kleinen Freund, den wir hier haben. Und nicht gerade ultimativ viel Munition, aber... Ja, das sag ich natürlich auch immer wieder, auch wenn ich selber weiß, dass ich hier und da wieder was hätte sparen können an irgendwelchen Stellen. Aber das ist jetzt erstmal egal. Mal gucken, was jetzt überhaupt passiert hier. Okay, wir können sogar nah an ihn rangehen. Ohne, dass uns was passiert. Das ist ja krass. Ich dachte, jetzt kommt voll die Sequenz. Er schläft auch irgendwie, ne? Ich glaube, wenn er nicht schlafen würde, dann... Ich check's aber auch irgendwie noch nicht. Sein ganzes Gebilde hier nicht. Die grüne Flasche lassen wir uns nicht entgehen. Ich check nur wieder die Lage ab, so ein bisschen. Was machen wir jetzt? Bin so ein bisschen verwirrt. Er muss uns das doch hier einrennen, oder? Oder was machen wir jetzt? Hallo. Was ist das? Oh. Okay. Kriegst du das auf? Klar. Klar. Oh oh. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Joseph. Iiii, ist der widerlich. Iiii. Okay. Und wo darfst du hingehen? Wo soll ich denn hin? Hä? Kannst du da durch? Nö. Äh. Aua. 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 Komm mal her. Boah. Boah. Ist er da wieder in den Büschen? Aua. Du bist aber auch echt... Nimm mal hier so eine Spritze. Oh Mann, er kriegt mich immer. Ich kann aber auch nicht wegrollen. Ich kann nicht auswählen. Kann ich rollen? Kann ich eigentlich rollen? Und ich schätze nicht. Aua. Manno, ich sterb hier gleich. Obwohl das gar nicht so schlecht lief bisher. stirb doch. Ja, toll. Ja, gut. Mach ich das eben nochmal. Was kann ich denn mal mit ihm machen? Also, was mach ich denn, wenn die Muni alle ist? Pech oder was? Das hat ja toll geklappt. Das hat ja toll geklappt. Outsch. Outsch. Ja, einfach mal mit dem Gewehr drauf schmettern. Geht ja auch. Komm, im Nahkampf. Besiegt. Nimm mal eine Spritze. Ist vielleicht ganz angebracht. Weißt du, wenn man das eigentlich so... Was ist er denn? Shit. Ob ich das wohin kriege? Ich habe ja gar keine Spritze mehr. Scheiße. Oh Mann, oh. Aber ich habe noch Scharfschützen, Muni. Das ist doch schon mal was. Ja, toll. Wenn ich hier überlege... Ich weiß, ich mache hier gerade nur Blödsinn. Ihr dürft das jetzt hier nicht ernst nehmen. Bitte wertet das jetzt hier nicht zu hart oder so. Manchmal habe ich auch einfach gar keine Lust, irgendwie mir Gedanken zu machen. Der Gegner neben. Ich bin hinterm Baum. Okay, er kriegt mich hier. Ich dachte, vielleicht... Ja, ich kann auch anders. Mein lieber... Gesangsverein hier. Sommel mal den Kram auf. Ah, war klar. Ist ja auch nicht schlimm, wenn er mich mal kriegt. So, jetzt nehme ich mal wieder eine Spritze. Ich sehe nämlich nichts. Nein. Lass es sein. Nein. Mist. Huhu. Ja. Kriegen wir es heute noch? Habe ich ihn? Nein. Ja. Joseph... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Was ist? Ich hab meine Brille fallen lassen. Fuck. Na toll. Und jetzt? Soll ich da nochmal rein, oder was? Ich hab ihn doch gerade erst erledigt. Was ist das denn für ein Scheiß? Wegen deiner blöden Brille, Joseph. Toll. Toll echt. Toll. Ja, aber... Ich hab doch nicht mehr, Moni, als vorher. Also... Geh ich jetzt trotzdem erstmal nach oben? Und guck mal, ob ich hier was finde? Oder was? Man kann doch wenigstens erstmal hier gucken. Guck mal, hier ist noch ein bisschen glibber. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass man mit dem Scharfschützengewehr, wenn man da zwei, drei, vielleicht auch fünf Schüsse, so ein Magazin vielleicht oder so, verballert, dass man ihn auch dran kriegt, wenn man ihn voll im Kopf immer oder voll ins Auge trifft. Aber gut. Gut. Ich soll ja nur seine Brille holen, ne? Ja. Und natürlich ist das Vieh jetzt auch voll sauer. Nehme ich mal an. Ja, äh, dann versuchen wir's doch mal. Wo ist denn die Brille? Hallo. Hallo. Da vorne liegt sie. Josephs Brille. Joseph trägt diese Brille, seit Sebastian ihn kennt. Ja. Hey, hierher! Hierher! Oh, da war noch was. Schnell zurück, bevor das Ding dich findet. Okay. Ja, äh, das war jetzt nicht so schlimm, aber der kommt bestimmt jetzt, ne? Entschuldigung. Es geht nicht nur darum, nichts sehen zu können, sondern sich normal zu fühlen. Ist schon gut. Lass uns Kidman suchen. Was war das jetzt für eine Aktion, bitte? Ja, da haben wir's dir gezeigt. Was war ich, du, äh, scheiß Vieh? Hm? Hier. Digga. Der trottet da draußen noch rum. Der wird uns das Leben noch zur Hölle machen, dafür, dass er noch lebt. Bestimmt. Scheiße, Joseph. So ein Aufwand für eine Beine. Aber echt. Und hey, ich hab noch Munition. Das muss man auch mal aus der Sicht sehen. Ich habe ja noch welche. Also, auch wenn ich sehr viel Schrotflinten-Munition verballert habe, die ich doch so gern hab. Tja. Vielleicht gibt es ja hier oben eine Statue. Die man wieder runterschießen kann. Das wär doch was. Vielleicht sieht man ja hier irgendwie was. Die würde man doch mit diesen Zinnen zusammen wunderbar hier hinstellen können. Da hatte ja mir jemand von euch den Tipp gegeben, dass da... Das war's du, Cry, ne? Hm. Hm. Äh. Dass da letztes Mal bei diesem Massaker-Dingens, dass da oben irgendwie beim Turm noch eine Statue stand. Das hat mir jetzt irgendwie gerade so den Hinweis gegeben, dass hier hier vielleicht auch was stehen könnte. Aber okay. Dann nicht. Ich frag mich immer, wo die sind und wieso ich sie nicht sehe. So ein bisschen, ein bisschen einen Tipp geben für so eine blöde Statue könnte man ja auch, oder? Hier unten zum Beispiel. Hier wäre so ein gutes Fach dafür. Aber nein. Was hat er denn? Was? Habt ihr da sechs überlebt? Ja. Okay, ich speichere. Aber was war mit ihm los? Um Gottes Willen. Was war los mit ihm? Fängt er einfach mal an, hysterisch zu atmen. Wir haben das nächste Kapitel erreicht. Wahnsinn. Und wir sind in der Kirche. Muni. 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 Ich will einfach nur Muni. Dann lässt sich auch alles schaffen. In diesem Spiel. Irgendwie. Mit genug Munition. Oh, schon wieder. Geht's dir gut? Immer diese Gepalen, Infekte. Tja. Da können wir uns beide Liedchen singen. Was? Sebastian. Hast du schon mal den Drang verspürt, einfach zu springen? Von ganz weit oben. Wieso will er sich ständig umbringen? Oder wenn die U-Bahn kommt. Stell dir vor, du spürst diesen Drang eine Minute lang. Dann zwei Minuten. Du hast es jetzt schon dreimal bekämpft, Joseph. Du bekommst das in den Griff. Du hörst nicht zu. Ich hab keine Angst, es zu bekämpfen, Sebastian. Ich hab Angst, es nicht mehr beenden zu wollen. Ein Teil von mir will sich verwandeln. Ich weiß nicht. Und ich kann's auch nicht erklären. Es reicht tiefer. Es ist ein Instinkt. Und er wird stärker. Warte. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Kapitel 7. Der Wächter. Und damit zurück im nächsten Kapitel. Wir sind mal wieder durch die Decke gefallen, die es eigentlich gar nicht gibt. Und in irgendeinen nächsten Bereich. Klar. Passiert schon mal. Wenigstens haben wir noch ein paar Schuss. Das ist ja schon mal was. Ich mach mal die Lampe an. Da kriegen wir auch einen Kontrollpunkt. Irgendwas liegt doch hier. Eine Erfahrungsflasche. Okay. Haben wir hier auch noch was in der Ecke? Nö. Was ist das hier für ein Raum? Ich glaube auch. Mit Partner ist es auch eh viel schöner. Also, äh, nicht die Partners. Nicht Lebenspartner. Sondern Partner, äh, mit denen man zusammen kämpfen kann. Aber Lebenspartner ist sicher auch schön. Bitte, Bastian. Das war Pistolen-Munition. Es ist schön, dass hier in den Vasen auch noch was ist. Auch wenn man es erstmal gar nicht vermutet. Das gibt Hoffnung. Da liegt auch noch was. Kann man das hier auch zerkloppen? Nein. Ja. Kriegen, kriegen, kriegen. Ich weiß gar nicht, was wir jetzt hier machen. Kommen hier aus den Gräbern neue Leute. Ich weiß es nicht. Ich zerdeppe alles, was mir hier zwischen die Finger gerade kommt. Ich geh mal nach oben. Ach ja. Der, äh, liegt auch schon eine Weile hier. Das ist gut. Ich glaube nicht, dass der wieder aufersteht. Da können wir bestimmt hinten in die Ecke. Ich will aber erstmal hier zu den Vasen noch. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Das nehmen wir auch noch mit. Ih, ich bin durch Spindelweben gelaufen. Würde ich in Wirklichkeit wahrscheinlich eher nicht machen. Sicherlich, sicherlich lässt sich jetzt auch irgendwas erstellen. Oh ja. Wir können Harpunenbolzen erstellen. Oder Explosiv. Na klaro. Explosiv. Gehen wir mal her mit den Explosivbolzen. Wir haben sogar ein Kältedingens. Das finde ich ganz gut eigentlich. Den lassen wir mal da. Und ballern dann mit Pistole drauf. Vielleicht bringt das ja irgendwie was. Ist der auch noch was? Nö. Wieso höre ich hier schon wieder ein Zombie? Und wo ist er? Muss ich hier dann über die Kerzen hüpfen? Oder? Hier eher so lang, ne? Na, da bin ich noch hergekommen. Immer den Zombie-Geräuschen hinterher. Das schalten wir mal ganz schnell aus hier. Hier bin ich noch nicht gewesen. Huch, das war knapp. Aber das ist es ja immer. Mach mal aus. Nicht, dass die mich schneller dadurch sehen. Kann ich denn mal lang gehen? Wieso höre ich hier welche und kann da nicht lang? Hallo. Ich glaube, da kann ich die Treppe hochgehen. Ja, doch. Das wird der richtige Weg sein. Da sind ganz viele. Okay. Das sieht nicht gut aus. Da könnte man eine Explosionsgeschichte draus machen. Wenn wir geschickt sind. Oder erst mal hinter dem einen her schleichen, der da hinten ist. Der bleibt nämlich so schön da hinten stehen eigentlich. Wenn die uns links, rechts dann nicht sehen. Kommt der eigentlich weit hierher? Oh, oh. Nö, der bleibt da hinten stehen. Wenn das so ist, Leute, würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part von The Evil Within. Und hab keine Ahnung, wo wir sind. Aber wir suchen unsere Kidman. Und eigentlich suchen wir auch wieder Joseph. Also eigentlich suchen wir immer irgendwie jemanden. Und wenn nicht andere, dann uns selbst. Ja, wie es weitergeht, sehen wir dann. Bis dann. Und dann sagt er noch gut aus, mich. Da ist mein schlight, bin ich... Bis dann kommt, der geschenkt, bin ich... Ja, ich denke, alle acht Sachen... Je nehmciones. Man muss eben... Ja. Ja, ich dove sonst hinSt craving. Und dann geht's mit ihm- Was in uns wieィ sid Burgundy. Das ist ja. Vielen Dank.